So, herzlich willkommen zurück bei Sleeping Dogs. Wir waren hier bei den Gefälligkeiten. Gewinnen Sie an den... Also bieten wir mal Hilfe an. Oh, ja. Was ist es? Mrs. Chu schickt uns ein Essen, aber ich habe es noch nicht. Kannst du das zurück zum Restaurant? Okay. Du möchtest, dass du hörst. Ich hörte die Kinder, die vorhanden Verabschiedung. Du solltest wahrscheinlich weg sein, bevor sie hierher kommen. Wir sollen uns beeilen, denn dieser komische Arsch will Verstärkung senden. Okay, wieder der Fehler wie vorhin. Äh, fuck. Sorry. Ich habe unheimlich jemanden geschlagen. Alter, das nervt. Dieser Fehler nervt. Verwild ein. So, jetzt muss ich mal googeln, was da los ist. Checken wir mal. Bei Gelegenheit. Sorry. Zusätzlichen Bums, erhöhten Nahkampfschaden. Kaufen wir natürlich. Wieder erhöhten Nahkampfschaden. Das geht ja ganz cool. So. Äh. Da muss ich irgendwo zum Meisterraum. Aha. Alter, komm her. Und rein in den Automaten. Komm schon. Alter. Okay, wieder dieser Fehler. Der kostet mich jetzt wahrscheinlich das Leben, so wie es aussieht. Ey, man. Leck mich. Ernsthaft. Vollbild ein. Ja. Speichern. Weiter. Geh weg da. Ich will diesen Automaten verwenden. Ja. Diese Gegner. Diese Leuchten. Und schüften sie Gegner ein. Und regenerieren und leben. Cool. Ja, dich konnte ich. Au. Ich finde auch geil, wer immer blutiger wird. So. Ich muss jetzt mal ganz kurz die Aufnahme pausieren, denn das geht so nicht weiter. Kleinen Moment. So. So, jetzt sollte das Ganze mal nicht mehr passieren, hoffentlich. Keine Ahnung, ob es noch mal passiert oder nicht. Das hat echt genervt. Danke. Blutige Sau. Okay, also, es war irgendwas mit Windows Farbschema, keine Ahnung. Er meinte... Gehen wir mal zu Winston. Ops. Er meint, dass Windows... Keine Ahnung, er will ja im Windows Basis-Eck, wenn man so ein Scheißgänger. Du! Du bist mir sch***ing? Also, was hast du getan? Nichts, nichts. Ich bin mir nicht mehr, ich kam direkt zu dir. Ich wollte nichts mehr zu machen, aber ohne dich zu wissen, du weißt. Also, geh das. Ein paar Jahre vorhin, dieser Mann Ming, kam zu mir und fragte mich, schau dir nach, warum er Business gemacht hat. Es kam zu allem, aber auch andere Sachen. Ich dachte, warum nicht? Ich kann ein bisschen ausprobieren, von meinen Jungs, kein Problem. Aber diese Woche, ich sende Jackie hier, um die Envelope zu holen, und er sagt, mein Jungs, zu f*** auf. He's friends with dog eyes now so we can all go fuck ourselves you want me to make an example out of dog eyes That home got on is gonna get what's coming right now. I need someone to take care of me I was a Ming die halte ist geil so berichte da waren wir es nicht gesperrt oder? ist nur zu viel zu lesen ganz ehrlich das ist mir zu viel zu lesen der werks her Ich habe die beste Schäfte hier! Hey! Habe ich hier? Wie ist es? Mit Fotografieren? Das ist richtig japanisch. Also, und verliert da immer wieder diese Kraft anscheinend. Denn die Anzeige da rechts oben ist jetzt ein bisschen geringer und jetzt ist sie wieder voll. Vielleicht, wenn man Schläge kassiert, wird das weniger. Hier geht's. Ah, okay. Sup, Ming. Das ist Ming. Ja, ich bin der Herr. Der Herr. Das ist Ming. Das ist Ming. Das ist Ming. Das ist Ming. Ich bin der Herr. Musst er wegrennen. Hey, lass mich, lass den los, lass den los. Das war keine Absicht, echt nicht. Wollt eigentlich ihn greifen. Fuck, fuck, fuck. Ey, 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 ey. Vorsichtig. Aus dem Weg alle. Fuck. Einfach mal. Einfach mal 10 Meter runtergesprungen oder so. Das ist ja gar kein Problem. Hey, bleib stehen, Alter. Ey, ernsthaft. Greifen kann ich ihn also nicht, wenn ich ihn einhole. Komm schon, komm schon, komm schon, schneller. Ja, ja, klappe. Ja. Ne, ey, ey. Ne, ey, ey. Ne, ey. Fuck, bitch. Ey, scheiße! In die Mülltonne! Fein, rein mit dir! Müll in die Mülltonne! Und wir holen sich den... Rauf da, ey! Wir holen sich den... Er hat ein Messer. Ich will das Messer. Und rein mit dir! Fein. Und du... Da... Oh! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Und du... Da rein! Oh! Bam! Und du gibst mir ein Messer! Messer! Gib mir... Das Messer! Gib mir... Das Messer! Verdammt! Da... Oh! Ja! Das zu verdienen. Ich will das Messer, ich will das Messer. Sehr gut. Sehr gut. Ich will das, Schen. Aber du musst mit mir arbeiten. Dann vielleicht kann ich dir ein Deal. Oh, Superintendent. Ich bin in der Mitte einer Interrogation. Inspector, da wurde ein Misunderstand. Misunderstand, Sir? Als Ihr Superior Officer, ich versuchte ihn, dass er diesen Mann ist. Aber Sir, ich habe es auf dem Rekord, dass er Son Onyi ist. Ich verstehe. Ich kann ihn einfach 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 einfach. Ich kann ihn einfach 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 nur aus. Ich kann ihn einfach einfach nur aus dem Triad. Und nicht nur ist es gegen Protokoll... Oh, für Gott's sake, Tang. Er ist einer von uns. Was? Jesus, Pendru. Ich hole mich die Tür. Es gibt ein paar Badges outside. Wer hat dich nicht gehört? Es ist okay, Wei. Wir können sie vertrauen. Vertrauen? Ich habe es gerade gesehen. Congratulations, Tang. So, jetzt wissen Sie. Vielleicht können wir jetzt sicher, dass wir helfen, Wei, nicht zu machen sein, als es bereits ist. Ja, es scheint nicht zu sein, dass ich so viel Wahl habe. Nein, nein, Sie nicht. Jetzt sehen Sie sich aus. Verzeihung, frei zu sprechen. Verzeihung. Du musst auf einen mehr vorsichtig sein, Wei. Viel mehr vorsichtig sein. Ich kann dich nicht wieder so ausreden. Sir, ich will es nicht hören. Es ist einfach nur vorsichtig. Ja, ja. Keine Ahnung, mit wem sie redet da. Die Gute. Wo, 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 wo. Ich habe eine beschlossene Körpererfahrung. Oder die viele und reale Erfahrung. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay. Ich bin richtig durch Sam Dogg als Ling. Sicheres Haus in North Point. Weirämen. Sicheres Haus. North Point. Amerikaner Gangs. Asiener. Nicht compared zu den Klienten. Ich bin nicht auf dem kacken, little motherfucker. Du musst auf einen mehr vorsichtig sein, Wei. Viel mehr vorsichtig sein. Es scheint unser Haus zu sein. Es scheint unser Haus zu sein. Okay, das ist der Kleiderschrank. Dann haben wir wahrscheinlich nur. Äh. Ja. Bleiben wir mal bei dem. Ja. Wunderschön. Schuhe. Paar Schuss. Ja. Wunderschön. Schuhe. Wunderbares Outfit, oder? Haha. Geil. Hahaha. Okay. Was kann man da? Hey, Waschbecken benutzen. Reinige dich, du Sack. Reinige dich, du Sack. was weiß的. Ich habe ihn als Interessantisch. Mein Geist, vier位, Du hast Wunderschöter.